Herzlich Willkommen, unsere lieben Freunde hier. Ich habe mir den Intro-Spot mittlerweile hart erarbeitet und fange deswegen wieder an, euch willkommen zu heißen. Willi war shoppen, ich war wieder nicht shoppen. Auch hier die Gründe bekannt. Willi, was hast du gekauft? Ja, im heutigen Video geht es um die neue Peso-Clothing-Kollektion Heads or Tails vom guten Justin und ich habe mir vorab ein paar Teile kaufen können, die mir am besten gefallen haben und zwar sind es drei Hosen, drei Shirts, eine Zippjacke, das Bracelet und die Socken. Genau, also fast die ganze Kollektion, es fehlt glaube ich noch eine Weste und eine Mütze und so, aber ja, das haben wir uns sozusagen gedickt und wollen das jetzt auch mal wieder ein bisschen auseinandernehmen und uns anschauen genau und was dazu sagen und ja, viel Spaß. So Freunde, über Peso-Clothing muss ich glaube ich nicht mehr so viel erzählen. Das ist die Brand von guten Justin, guter Typ, lieber Mensch, hustlet viel, hat viel erreicht, Respekt dafür. Ist jetzt mittlerweile der 13. Drop glaube ich und wie ihr seht hat der Mann schon auch viel gemacht und das Ganze natürlich irgendwie auch immer in Zusammenarbeit mit dem Lolo von Live Faster Young, wo dann auch der Vertrieb drüber läuft und die Kollektionen sind ja permanent eigentlich irgendwie so nach fünf Minuten sold out und das war natürlich auch bei dieser Kollektion bei der Heads or Tails wieder so und da gab es auch diesmal ein Statement von Justin, weil es wohl so war, dass die Bot Protection schon ziemlich stark war und dadurch hat auch viele Bestellungen sozusagen nicht durchgegangen sind von eben Bots, aber eben auch von normalen Leuten, die größere Bestellungen gemacht haben, die Bestellungen gecancelt wurden, eben weil das System dachte, dass es Bots wären, was ja an und für sich grundsätzlich erstmal wie gesagt gut ist, dass das ganze System funktioniert, aber natürlich dann halt ein paar Leute drunter leiden mussten. Lange Rede, kurzer Sinn, wir schauen uns jetzt die Kollektion an und ich bin wie immer gespannt auf die Meinung von Vincent und genau, let's go. So liebe Freunde, Willi hat jetzt eben gerade schon gesagt, dass der Drop wieder so ein bisschen kontrovers behandelt wurde. Nicht nur das Thema mit den Bots hat manchen Leuten nicht geschmeckt, sondern es gab auch wieder Stimmen, die gesagt haben, da wurde was geklaut. Ich habe jetzt hier die Hose in der Hand gerade, gerade dieses Piece wurde ganz schön auseinander genommen, jedenfalls so ein bisschen in irgendwelchen Fashion-Gruppen auf Facebook, die gesagt haben, ja das hat doch Vettemont schon gemacht, Undercover 2003 und diverse andere Brands. Jetzt würde ich ganz gerne genau diesen Leuten mal erklären, wie Trends sich entwickeln und worum es bei Peso eigentlich geht. Dafür habe ich mir hier ein kleines Whiteboard aufgebaut, also auf KLS angelehnt, jetzt hier eine ganz schnelle Erklärung und zwar haben wir hier im ersten Dreieck den Absatz, das heißt, wie viel davon verkauft wird und wie groß auch die Zielgruppe ist. Das heißt, wir haben ganz oben Haute Couture, haben dann darunter High Fashion und haben dann Basic Fashion und darunter Fast Fashion, das heißt, das ist so H&M und eine ganze andere Rotz und bei Basic Fashion, also so diesem Mittelsegment. Da kann man Peso einordnen und wenn wir uns jetzt aber auf der anderen Seite mal den Einfluss anschauen, dann wird vielleicht klar, worauf ich hinaus will. Wir haben den größten Einfluss ganz klar bei Haute Couture, das ist halt so die Kunst, das ist Innovation pur, da wird mit jeder Kollektion werden da neue Dinge kreiert, jedenfalls mit fast jeder, das ist der Anspruch. Darunter kommt dann High Fashion und da wird im Endeffekt einfach nur Haute Couture wearable gemacht. Da haben wir dann so Louis und Gucci und so ein paar andere Brands, die ja aber auch ihre Haute Couture Lines haben. Das heißt also, der Einfluss geht von Haute Couture auf Fast Fashion, hier wird es wearable gemacht, das heißt, die Innovation ist schon weniger als hier und geht dann runter in Basic Fashion, das heißt, hier findet quasi keine Innovation mehr statt, sondern nur noch ganz, ganz wenig. Vielleicht mal hier und da ein kleines Detail. Merkt man ja dann auch, hier bei Basic Fashion geht es im Endeffekt wirklich einfach nur darum, was ist in, was sind die Trends und das wird dann umgesetzt. Boxy-Schnitte, das ist alles oversized, wir haben Jogger-Pants mit den Applikationen unten dran, das ist schon immer wieder Sachen, die sich wiederholen. Jetzt hat man den Prints dann seinen Spielraum, aber so eine Platzierung jetzt vorne auf dem Schritt, das ist halt ein Trend, aber natürlich haben das schon 20 Leute davor gemacht, das heißt aber nicht, dass es geklaut wurde. Und ja, bei Fast Fashion ist gar keine Innovation mehr zum Beispiel, also wer bei H&M einkauft, da kriegt man halt auch nichts, was irgendwie neu ist oder was es vorher nicht mehr gab, aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Anspruch. Hier geht es wirklich darum, einfach nur Trends aufzugreifen, am besten früher als andere Marken auch, die gut umzusetzen und dann hast du am Ende Peso. So, kommen wir jetzt zum tatsächlichen Teil des Videos, wo es auch in unsere Bewertung reingeht. Wir haben hier wieder unsere altbewährten Kriterien, das heißt Qualität, Innovation und Style und Preis-Leistung. Wir haben uns das folgendermaßen aufgeteilt. Ich habe die T-Shirts und hier die Jacke und Willi hat alle Hosen und so ein bisschen die Accessoires vielleicht noch. Vielleicht gehen wir da aber auch im Detail darauf ein. Ich würde jetzt hier mal mit der Qualität starten. Bei den T-Shirts bin ich eigentlich wirklich ganz zufrieden. Es ist ein schöner dicker Stoff, fühlt sich ordentlich an, ist relativ weich. Die Prints sind tatsächlich die Besten, die ich bis jetzt gesehen habe von den ganzen Sachen, die wir hier so her hatten. Also es ist einfach schön zu sehen, dass hier auch kein Foliendruck oder irgendwie so Spielrenzchen ausprobiert werden. Dann gibt es hier unten noch so ein kleines Detail. Nochmal so ein Metallding, was hier angenäht ist, was auch ganz stabil ist. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Bei der Jacke genau dasselbe. Schön verarbeitet, angenehmer Print, softe und gute Qualität. Also muss ich tatsächlich diesmal sagen, für eine Streetwear-Brand wirklich, wirklich gut. Innen auch schön angeraut. Ganz gute Wertung von mir hier würde ich sagen so 3,6. Gnädiger Typ, gnädiger Typ. Ja, so sieht es aus. Okay, fair enough. Also da kann man schon mal stolz auf sie sein, wenn der Vince eine 3,6 gibt, weil das ist ja aufgerundet eine 4. Und dann gehe ich jetzt mal über Qualität, Thema Hosen. Und der hat es auch schon rausgeholt hier, die erste. Ganz, ganz großer Fan von dieser Hose. Also was ist das für ein Stoff? Weißt du das? Ja, so Cotton, einfach so ungerauter Cotton irgendwie. Auf jeden Fall fühlt sich ultra unfassbar bequem an. Hier wie immer die kleine gestickte Applikation Peso. Kordeln hier wieder. Also so ein bisschen futuristisch gemacht im Vergleich zur restlichen Hose. Was ich cool finde, ist der Zipper hier. Der ist mal ein bisschen anders als sonst. Hat eine andere Form. Da weißt du, bist du, steckst du wieder mehr drin. Und ich weiß nicht, ob das jetzt YKK ist oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ne, ne, das sind einzelne Anfertigungen. Denke ich auch. Ja, genau. Dann hier unten wie immer ganz normal halt diese Klettverschluss hier sozusagen um die Hosen von der Größe her zu verstellen. Hier auch nochmal mit, wer es weiter mag und enger wie immer. Kennt ihr ja schon von den anderen Unboxings. Das ist halt gerade einfach angesagt. Alles in allem eine richtige Hose. Das ist auch so ein Off-White. Und das ist auch eher ein Off-White, was ich mir lobe. Also es ist nicht ganz so intensiv auf jeden Fall. Nein, nicht so ein Gelb. Genau, nicht so ein Gelbstich. Aber ich glaube halt auch, dass die im Sommer auf jeden Fall, da schwitzt du ein bisschen, wenn du da drin rumläufst. Ist aber auch nicht schlimm. Ist ja jetzt auch für das ganze Jahr über geeignet. Richtig geiles Ding. Und genau. Kurz noch zur Jeans, weil da möchte ich noch was dazu sagen. Ich persönlich bin Fan davon. Ich mag diesen Druck hier vorne drauf. Und auch die Qualität und Verarbeitung der Jeans ist für mich absolut in Ordnung. Und super. Ich mag auch diese gelben Nähte hier oben. Das ist nochmal so eine Stichnummer ganz schön heraus. Dann hier auf den Knopf nochmal mit Peso eingraviert. Hier hinten auch nochmal so ein, wie nennt man die Dinge? Ashtag. Ashtag, genau. Ashtag. Ashtag. Ne, also Schnitt super. Also gerade geschnitten halt einfach so, wie es halt gerade so auch so ein bisschen Mutt ist. Wie gesagt, qualitativ kann ich da nicht munden. Inne fühlt sich es auch sehr angenehm zu tragen an. Ja, also meckern kann man da nicht. Qualität für mir? Vier von fünf bestimmt. Vier von fünf Punkten. Ja, sehr gut. Wie immer. Sehr, sehr gut. Yes. Der nächste Punkt ist Innovation und Style. Hier würde ich mich einfach mal generell halten, auf die ganze Kollektion gesehen. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, wir bewegen uns im Trendrahmen. Das heißt, die Innovation ist jetzt nicht zu crazy. Es sind so ein paar Sachen dabei, die besonders sind, aber jetzt auch nichts, wo es radneu erfunden wurde. Style ist tatsächlich nice. Mir gefällt das Thema, dass ich hier an so ein bisschen so diesem mexikanischen Kartell war. Wie es angelehnt wurde, ob das jetzt problematisch ist oder nicht, ist eine andere Diskussion. Gefällt mir aber alles in allem ganz gut. Kann man sich nicht beklagen. Ich finde es eine schöne Bandbreite an Produkten, verschiedene Hosen, die Weste, die da noch drin war, die Accessoires, Socken, T-Shirts. Finde ich jetzt auf jeden Fall für alle, was dabei, würde ich an der Stelle sagen, 3,3 von 5 Punkten. Okay. Ja, also habe ich ähnliche Meinung wie Vince. Bei mir ist es halt so, ich sage halt, für mich ist das halt Zahn der Zeit getroffen auch. Eine richtig stabile Kollektion. Die Ideen sicherlich ja, also gab es irgendwo hier und da schon mal so, aber trotzdem trifft es halt einfach gerade den Zahn der Zeit sehr gut. Auch hier, das hatte ich vorher noch vergessen, wir haben hier noch so ein kleines Bracelet, das wollte ich noch zeigen mit dem Peso Buchstaben, sozusagen integriert, basierend auf so einem Sicherheitsnadelkonzept. Finde ich auch sehr cool gemacht. Ja, also alles in allem, bin wirklich happy, auch innovativ, also für mich persönlich wie immer, schon einen Ticken innovativer als für dich. Und deswegen gibt es von mir eine 3,8 von 5 Punkten. Jetzt gehe ich auch mal in die Komma. Jetzt geht es hier in die Kommazahlen rein. Und der Cutter schüttelt schon im Hintergrund den Kopf, weil er ganz genau weiß, dass das wird richtig reutig, das dann zu machen. Aber da gehen wir leider nicht drum rum. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, Preis-Leistung. Wir haben hier, ich habe das mir nochmal abfotografiert, das heißt, wir haben T-Shirts beim Pfuffi, die Jogginghosen bei 90, die Jeans bei 80. Hier das Jackchen auch nochmal bei 90 und Socken bei 12,50 und das Bracelet, was du jetzt hier hattest, kostet auch 90. Muss ich sagen, sehr fair. Also ich finde, von den ganzen Sachen, die wir jetzt hier in der Hand hatten, wenn wir das mal in den direkten Vergleich nehmen zu Lowlight Studios oder 6PM oder jetzt auch hier, was ich gerade anhabe, vom guten Basset oder Basset, muss ich sagen, fühlt sich von der Qualität, so von der Haptik echt am besten an. Es ist auch in Europa produziert, in der Türkei, was auch ein Pluspunkt ist. Und ich finde es echt günstig, also 50 Euro für ein T-Shirt. Tatsächlich würde ich hier auch eine 4 von 5 geben. Es hätte Potenzial nach oben, aber es ist halt auch nicht nachhaltig produziert und am Ende halt auch einfach nur Streetwear. Deswegen bleibt es bei der 4 von 5. Was sagst du? Ja, also für mich ist es immer noch mal ein bisschen schwieriger einzuordnen. Also für mich sind die Preise völlig okay. Und gerade unter dem Aspekt, dass die Qualität stimmt und dass es halt auch locker vielleicht auch theoretisch noch ein bisschen teurer sein könnte, so rein vom Understatement her und von dem Markennamen her. Finde ich es fair, wie die Preise gestaffelt sind. Kann jetzt auch aufgrund verschiedener Kriterien und nicht sagen, ob es jetzt auch gerechtfertigt ist vom Tragekomfort her, aber da bin ich mal ziemlich sicher, dass es so ist, weil, wie gesagt, ich persönlich habe mir jetzt die Teile ja rausgesucht, die mir am besten gefallen haben, unabhängig davon, was dir gefällt oder nicht. Dass das natürlich vollkommen egal ist. Nein, Quatsch, Spaß. Ne, und ja, also ich kann mich dem, wie der Gottes, also wie der Gottes. Ich kann mich dem, was Vince sagt, definitiv anschließen. 4 von 5 Punkten, völlig legitim für mich die Preise und ja, genau. Nice, dann würde ich sagen, schauen wir uns den Spaß mal an. Wir haben uns überlegt, jeder von uns stylt jetzt nochmal ein Outfit. Hierbei ist Willi ganz in seinem Element und geht wieder so ein bisschen mehr auf den trendigeren Hype-Stuff. Ich schaue mal, dass ich mir möglichst günstige Klamotten nehme hier aus meinem Kleiderschrank, die ich irgendwann mal secondhand geschossen habe, um vielleicht auch mal eine Alternative aufzuzeigen, wie man das Zeug ganz gut sein kann. Und ansonsten noch irgendwelche abschließenden Worte? Ja, ich wollte noch die Sticker zeigen. Es gab nämlich auch Sticker dazu. Ich finde die auch ganz cool. Wollte man noch der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Natürlich kommen gerade Klamotten in Zipbags, wie immer. Ne, also ich bin richtig happy, so vom ersten Eindruck mit der Kollektion. Du ja scheinbar auch, was mich sehr positiv überrascht natürlich auch, weil ich gar nicht unbedingt damit gerechnet habe. Wir suchen uns jetzt die Sachen mal zusammen, zeigen jetzt auch nochmal, wie beim letzten Mal, also mit Maßen natürlich, wir werden hoffentlich nicht vergessen, wie groß wir sind, wie viel wir wiegen, aber es wird natürlich nochmal eingeblendet. Das heißt, ihr kriegt ein Gefühl dafür, wie die Sachen fitten an uns mit unserem Körpergewicht und Körpergröße und dann könnt ihr selbst entscheiden, wenn ihr euch noch was kaufen wollt, welche Größen ihr braucht. In dem Sinne? Ja, würde ich sagen, fangen wir rein, wa? Yes. Mein Outfit, was ich mir gepickt habe, ist bestehend aus, zuallererst mal den Schuhen, der Off-White Air Jordan 1 Energy. Virtual kennt jeder, passt ziemlich gut mit Off-White Laces. Dazu die Key Denim Jeans aus dem Peso Drop mit dem fetten Print im Schritt. Mit dem Peso Schriftzug auch richtig schön, richtig guter Fit, richtig guter Schnitt. Ich bin 1,86 groß und wiegt 76 Kilo. Nochmal kleiner Hinweis. Dazu das Key Piece der Kollektion, die Zippjacke in diesem blau-lila Ton mit dem dicken schwarzen Peso Schriftzug vorne auf der Brust und der Description der Collection nochmal. Richtig geiles Ding, auch hier, würde ich wirklich sagen, richtig geiler Fit angezogen. Das vorletzte Piece, das T-Shirt, Heads or Tails in schwarz. Und das Ganze wird abgerundet von dem Bracelet aus dem aktuellen Drop, was ich auch sehr, sehr schön finde. Liegt sehr gut am Arm, ist in der Größe verstellbar. Und ja, das ist mein Outfit und ich hoffe, euch gefällt es. Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, ich versuche mich hier so ein bisschen mehr am Vintage- und Secondhand- und vor allem am Affordable-Preis zu orientieren. Das heißt also, ich habe hier das Peso T-Shirt an in dem Off-White, habe ich kombiniert mit einer blauen Anzugshose. Die habe ich irgendwann mal für 6 Euro im Secondhand-Laden geschossen. Dazu gibt es dann noch Air Force, ganz normal, mit diversen Swoosh, die man da dran machen kann. Das ist leider das einzige Paar, was ich da habe, aber auch relativ günstig. Und dann habe ich mir hier das einzige Piece, was nicht so billig ist, noch ein kleines Dior-Täschchen übergehangen. Ist aber auch Vintage, ist auch Secondhand, ihr kennt es vielleicht auch von Willi, kriegt man auch für verhältnismäßig schmales Geld, wenn man jetzt mal vom Neupraus ausgeht. So, meine lieben Freunde, Willi hat sich schon verdrückt, der ist zum Sport gegangen, hat mich hier alleine sitzen lassen. Ich wollte aber nochmal ganz kurz hier ein abschließendes Fazit geben. Ich denke, dass der größte Vor- und Nachteil bei Justin auf jeden Fall oder bei Peso Clothing ist, dass Justin dahinter steht. Das ist der Grund, warum sich das Zeug so gut verkauft, aber auch der Grund, warum es immer so einen kleinen Beigeschmack hat. Es ist halt sehr gebunden an die Person Justin, was dem Ganzen auch immer so einen kleinen Merch-Charakter gibt, was aber der Qualität absolut nicht gerecht wird. Die Qualität spricht für sich, die Klamotten sprechen für sich. Und ich muss sagen, ich bin auch einer von denen, der jetzt hier sitzt und sagt, wenn nicht Peso draufstehen würde, wenn das nicht die Brand von Justin wäre und so gebunden an diese Person, würde ich das wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr feiern und noch viel mehr abrocken. Ich habe natürlich trotzdem versucht, hier neutral an die Sache ranzugehen. Habe ich auch. Das ist jetzt absolut kein Hate an der Stelle. Das ist ja wie bei Yeezy auch so sehr gekoppelt einfach an Karni als Person. Und ich tue mich einfach schwer damit, weil es auch immer so ein Support nochmal ist in der Form, wo man dann sagt, man muss die Person feiern und zwar richtig, die dahinter steht. Und da zähle ich mich einfach nicht zur Zielgruppe als Mitte-20-Jähriger, sondern das geht halt dann so ein bisschen weiter nach unten. Wie gesagt, absolut kein Hate. Das ist einfach nur meine Meinung. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ja, bis bald auf weitere Brandchecks. Ich bin raus. Tschüss auch noch von Willi an der Stelle. Haut rein. Peace.